Hallo zusammen, heute werde ich euch Nissan Ariya präsentieren und zeigen. Erstmal von außen und danach von innen und die Fahrleistung noch dazu und alles sowas, so ein Cockpit und das ganze Display. Bis dann, schauen sie das Video danach. Erstmal mache ich hier Pause und zeige ich das Fahrzeug. Nissan Ariya. Das ist Weltpremier hier in Almburg. Wir haben es noch nicht in Almburg gesehen, aber heute werde ich euch präsentieren und das ist er hinter mir und ich zeige euch gleich. Bis dann. Hallo zusammen, das ist im Nissan Ariya. Ariya. Und elektrisch. Bis zu 520 Kilometer Reichweite. 20 Zoll. Und er hat kombiniert Lagenstecker. 2. 3. 4. 4. 5. 7. 7. 7. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 15. 13. 15. 16. 17. 17. 17. 15. 20. 20. Spoiler hinten und alles voll Automatik, das Beifahrerseit, LED Sensor Wofür 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 So, jetzt zeige ich von in den Innenraum. So, jetzt zeige ich von in den Innenraum.